An der Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien spitzt sich die Situation weiter zu. Hunderte Lastwagenfahrer warten darauf, abgefertigt zu werden. Hintergrund sind zunehmende Stromausfälle in der Ukraine. Die Wartezeit an der Zollstelle bei Galati beträgt inzwischen 10 Stunden. An anderen Grenzübergängen ist die Situation ähnlich. Aufgehalten werden die Trucker unter anderem davon, dass es immer wieder Stromausfälle auf ukrainischer Seite gibt und die Arbeit der Zöllner dann zum Erliegen kommt. Der ohnehin wegen der vielen Dokumente nicht einfache Abfertigungsprozess verzögert sich dann weiter. Viele Fahrer klagen, dass sie kein Wasser und kein Essen mehr haben. Auch, dass niemand sagen könne, wie lange die Situation noch so schwierig bleibe, sei belastend. An vielen Tagen gebe es nur ein kleines Zeitfenster, in dem der Zoll Strom habe und Lastwagen abfertigen könne, den restlichen Tag herrsche absoluter Stillstand.